Ilze Christian aus der Steiermark, aus Bucht bei Weiz. Ich war aktiv Bucht bei Weiz, bei SV Anger und beim SC Weiz. SC Wiener Neustadt hat viele Werte verkörpert, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Es ist ein sehr sympathischer, moderner Verein. Trendig. Meine Hobbys sind Sport allgemein, Fitness, Skifahren und Lesen. Der Lieblingsfilm ist Miracle, das Wunder von Lake Placid. Reiseziel, Griechenland. Gibt's keine geheimen Talente. Das schönste sportliche Erlebnis war der Aufstieg mit SV Hartberg in die Skygau Erste Liga. SC bietet eine super Plattform für österreichischen Spitzenfußball. Da ist viel Entwicklungsarbeit und das macht mir riesen Spaß. Da versuchen wir einfach die Mannschaft über sie Schritt für Schritt zu stärken.